so dabei war es wie gesagt noch nicht na cool, eine Raketensiloantrücke effektübertragung achso das muss ich erst mal vorsehen das zeug wieder irgendwo muss es jetzt aber das blaue geben krasser stuff hier begrenzte lebenszeit haben wir ja schon mal ausprobiert oh gottes lila ja gibt es da auch noch lila alien technologie cool hier zum beispiel gibt es alien wissenschaftspakete da gibt es die blauen verlangsamungskugel giftkapsel krass sprengstoff alles klar was ist das denn ölverarbeitung ich hab dann ja mal die einfache robotermenge so mit transportrobotern gar nicht so übel cool 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 mobiler drohnenhangar hmm abruchspanner blaupause automatisierter aufbau das ist ja auch interessant konstruktionsroboter konstruktionsroboter uuuu motortechnik was machen die flugrobotergestell luftfahrt hier zugsignale brauche ich erstmal nach das hier elektrische akumulation hier brauche ich schwefeaufbereitung da brauche ich rohe ölaufbereitung rohe ölaufbereitung wo ist die hier das hier also machen wir das als nächstes dann mache ich das als nächstes und dann kriege ich die blauen na mensch da geht das ja voran so der hält noch ich nehme an rot ist vorne da hinten und blau ist vorne da hinten weiß er weiß eins von beiden wird's da wohl sein hm ah schade dass das angehalten hat wenn man hier sich die forschung angeguckt hat na gut kann ich in der zeit mal die automatische geschützt produktion in angriff nehmen brauche ich trotzdem ja irgendwann eisenzahnrad kupferplatte eisenplatte hm hm ist hier eher ungünstiger eisenplatte vielleicht auch nochmal von hier mit oder halt direkt von unten weil ich glaube unten habe ich noch mehr kapazitäten hm wissen wir aber eisenrat zahnrad gibt es auf jeden fall und kupferplatte eigentlich gibt es ja alles unten so machen wir mal kurz platz oder stellen wir das hier oben hin wenn ich da hinkomme wenn ich mit den eisenplatten da hinkomme das ist halt die frage ob das geht so äh was wollten wir jetzt machen röölaufbereitung so ich muss auch mal wieder von denen mal wieder ein paar machen wird langsam eng hier eisenplatten waren auch wieder eng ein klick bin ich ja nie so weit vom eisen entfernt da kann ich ihm mal kurz etwas einsammeln wunderbar haha eisen haben wir unten noch ein bisschen fällt mir gerade auf so ich mache das eisen jetzt da drüben ich mache das hier zahnräder zahnräder sind ja zwischendrin ähm ich glaube die zahnräder nehme ich schon hier ja komm also es geht doch hier drüben holen wir erstmal die zahnräder her achso das dauert zu lange ich brauche trotzdem mehr intelligenten ah die seite geht noch intelligenten du hörst eisen zahnräder geht in den tunnel rein geht das direkt ja ich lasse hier mal noch bisschen platz kommt aus dem tunnel wieder raus so auf die schiene könnte ich dir richtig auch noch mitlegen schwefel könnte ich dir richtig auch noch mitlegen Dings äh wie komme ich denn wie kriege ich denn das jetzt hier weg naja das ist ne gute Frage naja das brauche ich halt beides das ist das Problem gerade sooo ich glaube ich nehme das von hier vorne weg warum ist hier oben kohle stopft mir alle meine gänge geht auch nicht sowas achso weil das nicht funktioniert na gut eisenplotten könnte ich sogar mehr holen also nur ganz schön eng mit dem abliefern naja double time ähm rüber unten durch nur hinten ist jetzt die Frage bringt das was wenn ich hier drüben lang gehe mal schauen na wo komme ich da raus da ist so eng hier Mensch scheiße was ist denn denn alle irgendwas ist denn alle Eisen wirklich krass nach nach schnacken wir uns noch ein bisschen Eisen sammel 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 und wie haben wir denn wie haben wir denn na nicht so viel da geht noch mehr sammel 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 schön die F-Taste sammeln wir halt in doppelteilen oder auch nicht oder auch nicht schnacken 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 na reicht das mal römer wieder von hier unten so jetzt kommt und was kam jetzt äh ich glaube ich weiß nicht hier das war's so also ich gehe jetzt nach rechts da unten durch gehe wieder raus der geht direkt nach oben ähm ja hier ist eigentlich ein guter Weg zum unten durchgehen so in die Richtung raus rein raus fertig ich komme jetzt das Eisen her hä hä what the fuck wie geht das denn gehe ich halt hier rein scheiße das geht nicht man schalt eins weniger dann so dafür den eins höher ok ich glaube er kapiert's jetzt muss ich einmal hier das ganze Eisen einsammeln ist ja nicht so schlimm so jetzt machen wir blaue dann machen wir hier mal weiter mhm so auf die andere Schiene Seite so voll ist in menschen die blauen dinge aber noch langsam alle danach holen das eisen ist so schnell weg ohne spaß so haben wir das schon mal was brauchen wir noch ganz viel neues hier wenn ich mensch mensch eisen wofa zahnrad eisen an sich warte mal hier stimmt auch was nicht das stimmt auch nicht hab ich hier wieder gemacht erzählen wir das noch mal heisen müsste eigentlich rechts sein warum ist das links von mir aus zahnräder rechts sie sind hier zur helle passiert weiche seite ist eisen was habe ich denn gemacht ohne spaß was ist hier passiert so ist genau andersrum kommt jetzt ist kupfer her intelligenten zahnräder rein ne zahnräder kommen wir von unten boah macht mich alle das macht mich alle ich hab ne idee weil das war ja gar nicht so übel brauchen wir nämlich das auch gar nicht hier rüber tun da habe ich nämlich direkt alles ich weiß zwar nicht wie das funktioniert so aber die ecke die nimmt irgendwie mit also hier die erste ecke von dem das ist lustig da kann man echt was mit was anfangen so wieder so ein clue ausgefunden ja was sollst du machen geschützturm sie werden sie 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 Vielen Dank.